Philips erfindet die Kompaktdisk und für die Musik beginnt das digitale Zeitalter. Jetzt erfindet Philips die Kompaktdisk Interactive. Mit interaktiven Spielen, Informationen, Unterhaltung und Filmen. Alles in purer digitaler Bild- und Tonqualität. Von jetzt an ist Fernsehen nicht mehr nur zum Zusehen, sondern zum Mitmachen. Philips Invents for you. Philips Invents for you.